Hallo bei TechStage. Ich habe heute Post von Fossil bekommen. Ja, Fossil, dem Uhrenhersteller. Im Paket steckte die Q-Founder. Das ist die erste Android Wear Smartwatch des Herstellers, die in Zusammenarbeit mit Google und Intel entstand. Was sich in diesem Karton hier alles verbirgt und wie mein erster Eindruck von der Q-Founder ausfällt, das erfahrt ihr jetzt. Bleibt dran! Zum Inhalt passt auch die Umverpackung. Die Q-Founder steckt nämlich in einem Karton, wie man ihn eher von aktuellen Smartphones oder Smartwatches her kennt und nicht in der Schatulle aus Metall wie so viele andere Uhren von Fossil. Die Q-Founder selbst, wenn wir sie hier einmal aus dem Karton gepellt haben, ist dann aber wieder so richtig, richtig Uhr. Statt Plastik, wie bei vielen Konkurrenten, gibt es hier wirklich ein verdammt solide wirkendes Zeiteisen, das sich diesen Namen mit einem Gewicht von 173 Gramm auch wirklich redlich verdient hat. Der einzige Wermutstropfen, der mir hier im Gehäuse auffällt, das ist das etwas billige Plastik auf der Rückseite hier. Zugunsten von Bluetooth und WLAN war hier vermutlich aber einfach kein Metall möglich, aber ein etwas wertigerer Kunststoff wäre schon schön gewesen. Andererseits, die Rückseite guckt man sich ja auch nicht ständig an. Was ihr hier an der Seite seht, das ist übrigens keine drehbare Krone, sondern ein Menü, ein Aus-Button. Sowohl das Gliederarmband hier als auch das Gehäuse bestehen aus Edelstahl. Die Q-Founder hat hier an der Seite keinen proprietären Scheiß, sondern einen 22 mm Standardanschluss, sodass für das mitgelieferte Armband aber tausende von Alternativen zur Verfügung stehen. Fossil selbst bietet die Q-Founder alternativ auch mit einem Lederarmband an. Das Gehäuse ist übrigens nach IP67 gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe geschützt. Vom Schwimmen würde ich aber dringend abraten. Durch die Armbewegungen treten nämlich teilweise sehr hohe Partialdrücke auf, die über dem Zertifizierten liegen. So, aber was steckt noch im Karton? Das Ding hier, das habt ihr schon kurz gesehen. Es handelt sich dabei um das Ladedock, das die Q-Founder per Induktion kabellos auflädt. Passend dazu gibt es hier drin noch ein USB-Kabel und einen Netzadapter. Der 400 mAh starke Akku von der Q-Founder soll übrigens eine Laufzeit von 24 Stunden ermöglichen. So, und jetzt verbinde ich einfach mal das Netzgerät, sobald ich das hier alles ausgepackt habe. Mit diesem Ladedock auf der Rückseite gibt es hier einen Micro-USB-Anschluss. So. Und jetzt wird die Q-Founder drahtlos aufgeladen. Während die Uhr aufgeladen wird, wird das hier mit einer roten Beleuchtung angezeigt. Ist der Akku voll, ändert sich die Farbe in blau. Und dann steckt hier im Karton, hola, ich klicke das mal wieder drauf, noch ein ganzer Stapel an Dokumentation. Soweit, so unspannend. So, und jetzt haben wir auch gerade hier schon gesehen, wie uns die Uhr mit einem Fosse-Logo begrüßt und Android Wear startet. Das dauert beim ersten Mal ein paar Minuten. Was wir hier, genau, da kommt es schon. Ah, welcome swipe to beginn und jetzt startet das Setup. Was wir hier schon sehen, das ist ein Problem, das wir auch von anderen runden Smartwatches kennen. Das ist der Platten im unteren Bereich des Bildschirms. Also diese Aussparung am Display hier, wie man sie beispielsweise auch bei der Moto 360 findet. Die Hardware im Inneren, die stammt übrigens von Intel mit an Bord, sind hier unter anderem ein Beschleunigungssensor sowie ein Drei-Achsen-Gyroskop. Damit zählt die Q-Founder eure Schritte und schätzt euren Kalorienverbrauch über den Tag ab. Einen Schlaftrecker, den gibt es übrigens nicht. Würde allerdings bei einer Akkulaufzeit von 24 Stunden auch wenig Sinn machen, denn nachts hängt die Uhr meistens auf diesem Lade-Dock hier. Zur Bedienung selbst gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Es kommt Android Wear zum Einsatz. Kompatibel ist die Uhr damit zu Android-Devices ab Android 4.4 und iOS-Geräten ab iOS 8.2. Darüber hinaus sind noch Bluetooth und auch WLAN an Bord sowie 4 Gigabyte integrierter Speicher. Die Fossil Q-Founder ist ab sofort für 299 Euro im Handel erhältlich. Einen ausführlichen Testbericht findet ihr demnächst auf techstage.de.